So, heute haben wir eine kleine Spielerei für euch und zwar das sind diese QR-Codes, die sind im Grunde gestickt wie ein normaler Aufnäher und da kann man im Prinzip jetzt seine Homepage-Adresse vom Stamm zum Beispiel auf sein Klufttemp unterbringe und mit einem ganz einfachen Smartphone kann ich hier letztendlich hingehen und das Ganze scannen, kann ich sagen ich möchte diese Seite hier jetzt im Browser geöffnet haben und finde dann entsprechend in dem Fall unsere Seite www.hirtenland.de oder halt auch eure Stammeseite, das hat er jetzt mit der Kreativität gefragt, wir haben für euch entsprechend da passende Aufnäher, mit dem ihr solche Spielerei machen könnt. So, das Ganze nochmal im Detail, ich habe den Aufnäher auf meinem Hemd drauf, ich komme mit meinem Smartphone dazu, scanne das Ganze ein und kann dann noch den Browser öffnen und dann springt er mir entsprechend auf die Homepage, wo ich hin möchte. Ganz einfach, gibt mir eure Stammese Homepage genauso.